Leute, gebt euch einfach mal diesen Seilbahntrick. Ich gehe jetzt einmal hier hoch, zack, einmal Seilbahn, dann gehen wir runter und danach instant nochmal auf die Seilbahn. Zack, und jetzt seht ihr gleich, was passiert. Erstmal komische Pose und zack, Arm gebrochen, Arm komplett kaputt und wir sliden noch immer. Obwohl wir schon längst von der Seilbahn weg sind und ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr lustiger Fortnite-Glitch und es geht noch immer, noch immer und noch immer, Leute. Probiert es gerne mal aus, ist richtig cool.